Das ist ja eine freundliche Überraschung! Alter Freund! Ich hab's ja noch mal mit den Herren Grenzbeamten gesprochen, Berufsmeiner Ausweisung, nicht jetzt, wo wir hier so an den Grenz stehen. Da bin ich nicht kompetent! Natürlich hat er nichts angestellt, dieser Ausgewiesene. Aber sein Vermögen hat er verloren. Und hierauf sollte er unserer Wohlfahrtspflege zur Last fallen? Ich kenn die Leute da drüben seit 56 Jahren. Die haben alle einen falschen Charakter. Alle! Es ist nicht so, dass er mir nicht leid tut. Doch ich verbeiß mein Herz voller Topf. Wenn es nicht schon mal rüber ging, sagen sie dem Grenzorgan da drüben, dass eine Tochter auf die Nacht nicht kommen wird. Ich werde sie mal ausreden, ja? Und jetzt wollen Sie zu uns hinein? Wollen. Ich muss. Sie werden nicht können. Warum? Weil Sie nicht unserem Staatsverband angehören. Wo er mich so impertinent hat grüßen lassen, erfordert ist, dass Familie ihre Ansicht, dass du als Tochter da bleibst. Was haben Sie das denn auszurichten, Herr Pfafflingcheck? Schau mich. Bitte geh doch rüber zu deinem Ticcolo und verlass deinen armen alten Vater. Ich da rüber! Mit Uniform! Ausgeschlossen! Ich stehe mir nicht mal auf die Brücke und die ist neutral. Ohne Mann geht halt kein Hotel. Zwar gearbeitet, hab ja immer nur ich. Aber es muss halt wer da sein zum Repräsentieren. Wenn es vom Zuständigkeitspunkt nicht die direkte Heimat war. Es hängen so viele Sachen an einem, an denen man hängt. Diese rausgezwungler, das sind verregte Leute. Die in Schrecken von nichts zu rund, wo keiner untat. Traum, Mord, Schändung. Schändung auch? Ja. Es nennt ein böses Ende. Ja. Wurz aller Zeit, Alter, Junge. Es ist... Ein Ende mit einer Angst. Sie haben ja gar nichts angerührt. Haben Sie keinen Hunger? Hunger schon, aber keinen Appetit. Oh mein Mensch. Dass Sie das ab dem Tag überlegt haben, auf den Hofst. Das ist einer meiner auch. Oder hab ich ja erfolgen? Ich bin ein paar. Welches Akte? Ach, sie hab ich schon wieder vergessen. Oh, nee, nee, nee. Warum? Verzeihen Sie das nicht, wie das man versteht. Aber ich hatte Pannen über Pannen. Pannen über Pannen. Und haben wir auch noch gefahren. Ja, ja. Einen Ratschlag. Ja, ja. Also noch mal Verzeihung, kein Ministerpräsident. Militär. Sehr militär. Oh, langsam, langsam, langsam. Schau, schau. Hier muss so. Lang. Nicht schießen, bitte. Hände auf! Gott, ja! Hilfe! Hilfe! Schönen Tag noch, Herr Kollege. Herr Kollege! Hände auf! Ha! デ deepen zusammen! Ha! Ha! Bah 2019 esa cisne aus der